Hallo und willkommen zum Videotutorial, diesmal Gantt-Diagramme in Excel. In Excel ist eigentlich keine Funktion enthalten mit Gantt-Diagrammen. Hier kann man sich aber behelfen mit einem Balkendiagramm. Diese Gantt-Diagramme sind einfach Ablaufdarstellungen von Projekten. Man kann es hier sehr gut für die Projektprüfung und Übungsprojekte verwenden. Einfach in der Sequenz, was kommt da rein nach, grafisch dargestellt. Wir sehen hier ein Gantt-Diagramm, hier eine kurze Sequenz aus einem Projekt. Wir haben hier immer die Startzeit, die Endzeit entsprechend und die Dauer, wie lange der einzelne Teilbereich gedauert hat. Das Ganze ist hier entsprechend grafisch aufbereitet. Erstmal zur Berechnung. Ich lösche das Ganze hier. Es ist so gedacht, wir haben hier den Startpunkt 8 Uhr und wir haben hier die Dauer von 20 Minuten Arbeitsplan erstellen. Die Berechnung schaut nun so aus. Hier bei der Endzeit habe ich von den 8 Uhr diese 20 Minuten draufgeschlagen. Also ist es für diese Formel, heißt es dann ist gleich B2, die 8 Uhr, plus die 20 Minuten ergibt 8.20 Uhr. Und in der nächsten Zeile sage ich einfach, diese Zelle ist diese. Dann werden die 8.20 Uhr, werden hier gleich nach unten übertragen. Und hier brauche ich nur wieder entsprechend die Uhrzeit eingeben. Also wenn ich jetzt hier sage 0.40, also 40 Minuten, dann wird es automatisch berechnet und setzt sich nach unten fort. Gut, was brauche ich jetzt für mein Gantt-Diagramm? Ich brauche natürlich erstmal eine Markierung. Aufpassen, wie ich markiere. Hier also Start, Ende, Dauer muss auch drauf sein. Und ich muss hier von oben ab markieren. Dann drücke ich die Steuerungstaste und markiere noch die letzte Spalte. Sonst könnte ich nicht zweigeteilt markieren. Dann sage ich, ich brauche ein Balkendiagramm, und zwar ein gestapeltes Balkendiagramm. Und dann schaut es erst einmal nur so aus. So, diese blauen Bereiche, die brauche ich überhaupt gar nicht. Hier kann ich mit einem Rechtsklick draufgehen und dann kann ich hier die Farbe auf keine Füllung setzen. Auch die Linie sage ich, kein Rahmen. Und dann sind diese Werte erst einmal weg. Das sind also diese 8 bis 10 Uhr. Und ich brauche eigentlich nur die entsprechende Dauer. So, was jetzt auch auffällt ist, hier beginnt das Ganze mit Skizze. Und wir haben die Skizze ja unten. Kein Problem, ich klicke hier drauf, Achse formatieren. Und dann sage ich, Kategorien in umgekehrter Reihenfolge. Und dann habe ich das Ganze so dargestellt, wie ich es auch links habe. Gut, jetzt müssen wir hier noch die X-Achse entsprechend formatieren in einem entsprechenden anderen Intervall. Hier ist wichtig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wenn ich hier draufgehe und sage Achse formatieren, dann habe ich hier ein Minimum und ein Maximum Wert. Und wenn ich jetzt hier eingebe, 8 Uhr, ich probiere es mal, 8 Uhr und 12 Uhr, dann funktioniert das nicht. Ich muss mich hier, ich muss eine andere Skala hier entsprechend setzen. Dazu ist wichtig zu wissen, dass also die 24 Stunden als 1 dargestellt werden. 12 Stunden, das ist 0,5 und Mitternacht, das ist 0. Und jetzt muss ich praktisch wissen, was ist denn 8 Uhr, was ist 11 Uhr, was ist eine Stunde. Funktioniert so, ich rechne praktisch 1 durch 24, mal dem, was ich brauche. Da habe ich also hier den Wert für 11 Stunden, für 8 Stunden. Ich kopiere, obwohl den brauche ich nicht kopieren, den kopiere ich mir. Und jetzt gehe ich hier nochmal drauf, sage Achse formatieren. Und jetzt kann ich hier eingeben 0,33333 und hier entsprechend meine Zwischenablage. Also das wäre dann genau 11 Uhr, 0,458333. Und jetzt habe ich das schon etwas genauer. Was mir jetzt noch nicht so ganz gefällt, ist diese 8, 8 Uhr, 28, 57. Ich kann nämlich auch einen Intervall entsprechend setzen. Ich kann jetzt also hier sagen, der Hauptintervall liegt dann bei 0,041666. Und dann habe ich hier eine Stunde. Ich könnte aber auch noch hergehen und sagen, okay, ich habe hier entsprechend, machen wir mal 1 durch 24. Dann habe ich also eine Stunde, teile ich durch 4 mal 3. Dann habe ich hier 45 Minuten dargestellt. So, die 45 Minuten kann ich hier auch entsprechend eingeben. Also, das sind jetzt 45 Minuten. Und ich sehe jetzt oben 8 Uhr, 8 Uhr, 8 Uhr 45, 9 Uhr 30. Und ich könnte jetzt auch hier entsprechend die Säulen etwas dicker machen. Dazu nehme ich den, den Prozentzahl verminder ich. So, und dann habe ich das etwas dicker dargestellt. Was dann noch fehlt, ist hier die Legende. Die brauchen wir nicht mehr, wenn wir die wegmachen. Dann haben wir hier auch mehr Platz und haben ein schönes Gantt-Diagramm. Dann haben wir hier auch mehr Platz und haben ein schönes Gantt-Diagramm. Und dann haben wir hier auch noch ein schönes Gantt-Diagramm. Und dann haben wir hier auch noch ein schönes Gantt-Diagramm. Und dann haben wir hier auch noch ein schönes Gantt-Diagramm. Und dann haben wir hier auch noch ein schönes Gantt-Diagramm. Und dann haben wir hier auch noch ein schönes Gantt-Dagramm.